Die Dinge im See 16.12.1959 Ich habe heute Morgen etwas gefunden. Ich bin meinen üblichen, morgendlichen Spaziergang um den See gegangen. Die Strecke ist zwölf Kilometer lang, aber ich gehe gerne. Ich danke vielen nach währenddessen. Das tun wir Menschen viel zu wenig. Einfach mal nur nachdenken, meine ich. Nachdem ich den See halb umrundet hatte, habe ich das Ding im Schilf am Ufer treiben sehen, wo die Wellen es über Nacht hingespült haben müssen. Und da schwamm es. Nass, verschlammt, alt. Als hätte es schon eine Gott weiß wie lange Reise hinter sich. Ich hätte es vermutlich gar nicht beachtet, wenn es nicht das zehnte einer Reihe von Dingen gewesen wäre, die ich in den letzten drei Tagen fand. Es waren seitdem teils die gleichen Gegenstände, teils unterschiedliche Dinge, die aber meinem Gefühl nach irgendwie miteinander verknüpft sein müssen, auf eine Weise, die ich noch nicht benennen kann. Maler hält inne und starrt die handgeschriebenen Zeilen an, die sie gerade gelesen hat und die angeblich vor genau 60 Jahren im Jahr 1959 geschrieben wurden. Aber nicht nur das, auch der Inhalt scheint unglaublich. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Irgendjemand hatte das geplant, um zu schauen, wie sie reagieren würde. Aber auch das scheint unplausibel. Der Zufall ist zu groß. Sie weiß genau, wovon der oder die Schreibende spricht, denn sie wohnt an demselben See. Und noch dazu hat sie an besagtem See, in besagtem Schilf, an besagtem Ufer ebenfalls etwas gefunden. Eine sehr altaussehende, metallende Box, in der genau dieser Text enthalten war, den sie jetzt gerade liest. Maler war gerade auf dem Weg von der Schule nach Hause gewesen. Sie ging in die sechste Klasse der dörflichen Mittelschule. Und sie hatte miese Laune. Sie hatte nicht nur eine schlechte Note bekommen, sondern auch niemanden, mit dem sie Zeit verbringen konnte. Alleinsein ist schlimm, aber Alleinsein mit Kummer ist schlimmer. Es ist, als wäre man in einem engen Raum eingesperrt. Und könne sich nicht bewegen, während man zulassen muss, wie eine dicke, haarige Spinne erst auf einen zu und einem dann über den gesamten Körper krabbelt. Genau so hat sich Maler gefühlt, als Jenny, ein Mädchen aus ihrer Klasse, vor versammelter Mannschaft auf dem Pausenhof über ihre Note gelacht hatte. Maler hatte nicht ausweichen können. Sie war mit ihnen auf dem Pausenhof eingesperrt gewesen. Doch als Maler dann auf dem Heimweg am See vorbeikam und dort zufällig die Dose im Schilf am Ufer des Sees treiben sah, wurde all das aus ihrem Kopf gewischt. Sie starrte die metallende Box an. Sie war teilweise mit Moos überwachsen und hatte überall Rost angesetzt. Maler war sofort ganz aufgeregt gewesen. Schließlich findet man nicht alle Tage geheimnisvolle Kisten, die möglicherweise Nachrichten oder Schätze enthalten. Ohne auch nur im Geringsten auf ihre Schuhe oder Hose zu achten, stieg sie in den schlammigen Morast, hörte kaum, wie der Schlamm auf dem Boden des Sees bei jedem Schritt schmatzte und griff nach der Box. Nachdem sie mit ihrem Fund wieder im Trockenen war, hatte sie das Bedürfnis unterdrücken müssen, ihn direkt an Ort und Stelle zu öffnen, denn sie bekam plötzlich das Gefühl, dass sie das lieber in Ruhe und vor allem unbeobachtet tun sollte. Daher stopfte Maler die Box in ihren Rucksack, sprang auf ihr Fahrrad und fuhr so schnell sie konnte nach Hause. Unterwegs drehten sich ihre Gedanken nur um diese mysteriöse Dose. Die Schule, die schlechte Note und Jenny waren vergessen. Zu Hause angekommen, hatte Maler ihre Schulsachen links liegen lassen, direkt die Box geöffnet und das Notizbuch angefangen zu lesen. Ihre Gedanken rasen jetzt. Was hatte diese Person damals an derselben Stelle gefunden, an der nun sie, Maler, die Notizen eben jener Person entdeckt hat? Bis jetzt wurde es nicht erwähnt. Sie senkt ihren Blick wieder auf den Block. Vor drei Tagen, am 13.12., habe ich das erste Mal ein solches Ding gefunden. Es hat mich noch nicht großartig gekümmert, aber nachdem ich am nächsten Tag drei weitere dieser Art fand, wurde ich nachdenklich. Beim Fund des Fünften fing ich an, sie zu sammeln. Mittlerweile habe ich meinen Schuppen zu einer Sammelstation umfunktioniert. Ich sammle dort alles, was ich finde, und sortiere es. Jetzt habe ich außerdem begonnen, mir Notizen dazu zu machen. Seit gestern mache ich mir ernsthafte Gedanken. Irgendwas hat es mit alledem auf sich. Ich weiß nicht, ob diese Notizen, in denen ich augenblicklich schreibe, irgendwann von anderen gelesen werden. Aber falls das eintreten sollte, könnte es sie interessieren, wer ich überhaupt bin. Und dabei versuche ich, so ehrlich zu sein wie möglich. Schließlich will ich, dass sie mir vertrauen. Mein Name ist Adrian, ich bin 32 Jahre alt und ich wohne in einem kleinen Dorf, dessen Zentrum ein wunderschöner See bildet. Das Haus, in dem ich wohne, steht direkt daneben und ich habe einen eigenen kleinen Anlegesteg und ein kleines Ruderboot, mit dem ich gelegentlich auf den See hinausfahre. Manchmal zum Angeln, manchmal einfach nur so. Ich bin ungebunden, wohne allein im Haus meiner Eltern, die vor zwei Jahren gestorben sind und seitdem reden die Leute hinter meinem Rücken über mich. Sie finden mich wunderlich. Vielleicht tun sie das auch schon länger. Sie glauben, ich kriege das nicht mit, aber ich tue es. Ich spüre es. Sie können nicht verstehen, was aus diesem völlig normalen jungen Mann geworden ist. Doch in Wirklichkeit versuche ich mich nur von ihrem ach so tollen System zu lösen. Im Grunde sind sie es, die wunderlich sind. Sie streben danach, alle die gleiche Routine zu haben und alles, was sie darin stört, wird abgetan. Keiner von ihnen wäre bereit, spontan von jetzt auf gleich ein Abenteuer zu erleben. Früher war ich auch so, aber jetzt gehe ich mit offenerem Blick durch die Welt. Und genau das ist es, was andere verschreckt. Es ist, weil ich anders bin als sie und zwar auf eine Weise, die sie zu verstehen verlernt haben. Wenn mir etwas Unerwartetes über den Weg läuft, weiche ich nicht aus, sondern beschäftige mich damit. So wie jetzt, mit diesen merkwürdigen Dingen, die seit drei Tagen zuhauf immer an der gleichen Stelle am Ufer vom See auftauchen und die ganz offensichtlich irgendetwas zu bedeuten haben. Wo kommen die her? Ich weiß nicht, was es mit ihnen auf sich hat. Manchmal habe ich fast den Eindruck, dass sie Warnungen sein sollen. Ich weiß nur nicht, wofür und wie ich diesbezüglich weiter vorgehen soll. Der fremde Mann namens Adrian ist Mahler direkt sympathisch und sie spürt einen leichten Stich bei dem Gedanken, dass er heute wahrscheinlich tot sein würde. Auch sie fühlt sich oft falsch verstanden. Die anderen wollen nicht mit ihr spielen, weil sie lieber Dinge tut, die sie für eigenartig halten. Erst gestern hatte Mahler die Pause Gedanken verloren in ihrer Fantasie verbracht. Sie hatte sich vorgestellt, wie sie ein Raumschiff in den Bäumen auf dem Schulhof baut und damit die Welt erkundet, bis wieder einmal Jenny sie zurück in die Realität holte. Auf ihre brutale Weise hatte sie Mahler herausgerissen und sie zu Boden fallen lassen. Und das, ohne sie auch nur zu berühren. Mahler hätte nie gedacht, dass er ein nahezu geschichtlicher Mensch wie dieser Adrian jemals sympathisch sein könnte. 17.12.1959 Mittlerweile habe ich einen Verdacht, was all das angeht. Aber das ist verrückt. Zumindest vermutlich laut einhelliger Meinung. Ich darf diesen Verdacht nie äußern. Außer ich bin scharf auf eine Fahrkarte ins Irrenhaus. Aber was soll ich allein schon unternehmen? Stell dir vor, du weißt etwas, dass viele Leute etwas angeht. Und wenn du es ihnen begreiflich machen kannst, kann mindestens genauso vielen geholfen werden. Aber du weißt mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit, dass dir keiner glauben wird. Was tust du? Ich habe nun beschlossen, dass es sinnvoll ist, genau aufzuschreiben, was ich gefunden habe. Bisher wollte ich das nicht tun, weil mich irgendetwas davon abgehalten hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich sonst tun soll. Bei den Teilen, die ich fand, handelt es sich meiner Einschätzung nach ausschließlich um Bauteile eines Flugzeuges. Anfangs waren es nur etwas größere Stofffetzen, möglicherweise von den Sitzen. Später kam ein Feuerlöscher dazu, der eigentlich gar nicht auf der Wasseroberfläche hätte schwimmen dürfen, doch er tat es. Dann kamen mehrere Schwimmwesten, undefinierbare Metall- und Blechteile und schließlich immer größere Trümmer zum Vorschein, auf denen Teile des Logos einer bekannten Fluggesellschaft zu sehen waren. Doch den eindeutigsten Hinweis fand ich heute früh. Und ich habe jetzt eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was es mit alledem auf sich hat. Adrian stand am Morgen des 17. Dezember 1959 wie üblich um 7 Uhr auf. Nachdem er geduscht und gefrühstückt hatte, machte er sich um Punkt 8 Uhr auf zu seiner üblichen Runde um den See. Adrian war Architekt. Er entwarf Gebäude. Den Beruf hatte er von seinem Vater übernommen, ironischerweise. Denn bis zu dem Tod seiner Eltern hatte Adrian diesen Job gehasst. Das war jedoch noch anders gewesen, als er ein Kind war. Damals hatte sein Vater oft von den Gebäuden erzählt, die er gerade konstruierte. Adrian dadurch mit diesem Feuer angesteckt und dafür gesorgt, dass dieser ohne Ende Türme aus Bauklötzen schuf. Sein Zimmer war voll damit gewesen. Anfangs waren es nur Türme, dann kamen Balkone dazu oder Brücken zwischen den Türmen oder Häusern. Und jedes Bauwerk war anders. Sein Vater war sehr stolz auf ihn gewesen. Dadurch hatte Adrian ein großes Interesse an Architektur und dem Stil verschiedener Gebäude entwickelt und all das hatte dazu geführt, dass sich Adrian nach der Schule für ein Architekturstudium eingeschrieben hatte. Dort hatte er sich dann jedoch anpassen lassen und später immer mehr Gebäude entworfen, wie die Leute sie sehen wollten, weil sie sie gewohnt waren. Wie sie schon tausendfach auf der Welt zu finden waren. Keiner stellte an den Erwachsenen Adrian den Anspruch, etwas Einzigartiges zu erfinden. Und so erlosch der Funken des Kindes und Adrian fing an, seinen Job zu hassen, ohne es sich eingestehen zu wollen. Als allerdings vor knapp zwei Jahren seine Eltern bei einer Bootsfahrt über Bord gegangen und dabei umgekommen sind, kam das Kind in Adrian mit einem grausamen Paukenschlag zurück. Als Erwachsener denkst du, du verstehst die Welt und dann kommt diese schallende Ohrfeige, die dir zeigt, dass du es nicht tust. Adrians Ohrfeige war der Unfall und das war der Moment, in dem das Kind in ihm in Unverständnis aufschrie und mit ihm er selbst. Nachdem einige Zeit vergangen war, konnte sich der zurückgekehrte Klein Adrian anderen Dingen widmen, wie beispielsweise der Frage, warum Groß Adrian nichts aus seinem Job mache und immer nur dieselben bescheuerten Häuser baue und dass er gefälligst ihn mal wieder das Steuer übernehmen lassen solle. Das war der Zeitpunkt gewesen, an dem die Leute anfingen, ihn merkwürdig zu finden. Adrian zog die Haustür hinter sich zu und marschierte los. Er hatte vor knapp einem Jahr angefangen, jeden Morgen um den See zu laufen. Er brauchte diese Zeit, um sich zu sammeln, die Welt auf sich wirken zu lassen. Der 17. Dezember 1959 war ein kalter Wintermorgen. Der Schnee war die letzten Tage sehr stark gestiegen und Adrian hatte einige Mühe, vorwärts zu kommen, bis er an jener Stelle anlangte, wo ein Trampelpfad um den See herum begann. Anstatt seine Gedanken wie sonst schweifen zu lassen, war Adrian an diesem Tag gedanklich nur bei den merkwürdigen Teilen, die er die letzten Tage gefunden hatte und fragte sich, ob er wohl heute wieder etwas finden würde. An jener Stelle am See angekommen, blieb er wie versteinert stehen. Dort, im Schlamm des Ufers, steckte ein Monstrum. Und Adrian wusste sofort, worum es sich handelte. Es war eine zwar stark zerkratzte und zerbeulte, aber dennoch vollständige Flugzeugturbine. Mit knapp zwei Metern Durchmesser hatte Adrian keine Chance, sie da herauszuziehen, geschweige denn, sie mit nach Hause zu nehmen. Aber er wollte sie auf keinen Fall dort lassen. Kein Mensch durfte sie sehen. Das wusste er. Ein Jammer eigentlich, denn auf der anderen Seite hatte Adrian das Gefühl, sie später noch anderen Leuten zeigen zu müssen. Letztlich obsiegte jedoch der Drang, sie zu verstecken. Er rannte so schnell es im Schnee ging zu seinem Anlegesteg, sprang in sein kleines Boot und ruderte durch den eisigen, aber noch nicht gefrorenen See zu der Stelle, an der die Turbine steckte. Die Sonne war mittlerweile ganz aufgegangen und warf ein goldenes Funkeln über den winterlichen See und seine Umgebung. Adrian fröstelte ein wenig. Er ruderte langsam, ganz nah an die Turbine heran, sorgsam darauf bedacht, dass sein Boot nicht von den sanften Wellen gegen sie gedrückt wurde. Dann warf er das Seil, das er immer im Boot hatte, um die Turbine, um es an ihr zu befestigen, was sich als umständlicher erwies als gedacht, da die Turbine keine besonders gut geeignete Stelle zum Montieren eines Seiles bot. Als Adrian es jedoch geschafft hatte, ruderte er in Richtung der Mitte des Sees, um die Turbine mitzuziehen. Was nicht klappte. Er stöhnte auf. Zum ersten Mal in seinem Leben wünschte sich Adrian ein Motorboot. Damit hätte er die Turbine im Nu herausbekommen. Er drückte mit aller Kraft die Ruder nach vorne, doch er kam nicht mehr vorwärts. Er wollte schon aufgeben, als es plötzlich einen Ruck gab und sich die Turbine mit einem leisen Schmatzen aus ihrer Klemme löste und hinter Adrians Boot hertrieb. Genau wie der Feuerlöscher am Tag davor ging auch sie nicht unter. Adrian lockerte sich kurz die Arme von der Anstrengung und sah sich um, ob andere Menschen ihn gesehen hatten, doch es war weit und breit niemand zu sehen. Das war das Gute am Dorf. Dann ruderte Adrian weiter. Er wusste nicht genau, was sein Plan war und fragte sich schon, welcher Instinkt ihn zur Mitte des Sees zog, als er plötzlich hinter sich spürte, wie etwas an dem Boot zog. Adrian drehte sich um. Es war die Turbine, die Uhr plötzlich angefangen hatte zu sinken. Warum auch immer. Hektisch spannte Adrian das Seil los, denn er spürte, dass die Turbine ihn sonst mit ihrer Kraft zum Kentern bringen würde. Er starrte ihr nach, wie sie langsam in der dunklen Tiefe des Sees verschwand und fragte sich, was nun wohl aus ihr werden würde. Dann ließ er sich erschöpft im Bug des Bootes nach hinten fallen und blieb gegen die Wand gelehnt liegen. Was hatte es mit alledem nur auf sich? Wo kamen diese Teile her? Es wirkte, als wäre über diesem See einst ein Flugzeug abgestürzt, aber Adrian wusste, dass das nicht der Fall war. Er wüsste das. Alle im Dorf kannten dessen Geschichte bis mindestens 100 Jahre in die Vergangenheit praktisch auswendig. Und selbst wenn es einen Absturz gegeben hatte, warum wurden jetzt plötzlich alle Teile an dieselbe Stelle des Ufers gespült? Wegen irgendwelcher Strömungen? Frustriert setzte sich Adrian langsam wieder auf und wollte zurück zum Steg rudern, als er plötzlich mit einem Blick auf das Wasser erstarrte. Er riss den Kopf nach oben und starrte zum Himmel. Doch da war nichts. Für einen kurzen Augenblick hatte es in der Wasseroberfläche so ausgesehen, als hätte sich in ihr ein Flugzeug gespiegelt, das sehr tief am Himmel über ihn hinwegflog. Adrian schaute wieder nach unten, und nun sah er wieder das Flugzeug, aber es flog jetzt viel langsamer, wie in Zeitlupe. Wieder sah er zum Himmel, der immer noch leer war. Als er den Blick wieder zur Wasseroberfläche richtete, war das Flugzeug wieder da. Dann sah er plötzlich ins Innere des Flugzeuges. Einige der Passagiere schliefen, andere unterhielten sich leise. Wieder andere lasen Zeitung oder ein Buch. Wieder ein Wechsel der Szenerie. Jetzt war Adrian im Cockpit des Flugzeuges und er sah den Piloten. Und er sah einen anderen Mann. Adrian starrte mit offenen Augen auf das Bild, das sich ihm bot. Der andere Mann war offensichtlich der Co-Pilot. Er stand hinter dem Piloten und hielt ihm eine Pistole seitlich gegen den Kopf. Dann ging plötzlich alles ganz schnell. Es ist verrückt, ich weiß. Aber ich bin mir sicher, dass es sich bei alledem um eine Voraussagung handelt. Irgendetwas, ich weiß nicht was, schickt diese Flugzeugteile und nun diese Vision in der Spiegelung des Sees aus der Zukunft, um uns zu warnen. Irgendwann in der Zukunft wird dieses Flugzeug über unserem Dorf abstürzen und eine riesige Zerstörung anrichten. Und ich weiß nun, was meine Aufgabe in alledem ist. Nachdem ich alles aufgeschrieben hatte, was ich gesehen habe, rannte ich sofort zum Sheriff des Dorfes. Mr. Evans war ein alter Freund meines Vaters und der Einzige, der mich vielleicht ernst nehmen würde. Ich weiß immer noch nicht, was überhaupt Sache ist, Junge, sagte Evans genervt, nachdem Adrian ihn völlig außer Puste gebeten hatte, mitzukommen. Adrian hatte manchmal das Gefühl, dass der Sheriff ihm zwar wohlwollender gegenüberstand als die meisten anderen, aber ihn dennoch auch für ein wenig durchgedreht hielt. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich muss es Ihnen zeigen, erwiderte Adrian. Sie müssen es selbst sehen. Evans verdrehte die Augen, straffte dann aber die Schultern und sagte, Na, dann lass uns das schnell über die Bühne bringen. Als die beiden zehn Minuten später vor Adrians Schuppen standen, drehte sich Adrian wieder zum Sheriff um. Sir, also, ich zeige Ihnen jetzt einige Gegenstände, die ich in letzter Zeit gefunden habe. Aber Sie müssen offen sein für meine Interpretation, ja? Evans, der das Ganze mittlerweile wirklich nur noch hinter sich bringen wollte, nickte ungeduldig und dann traten sie beide ein. Mr. Evans schaute in den Schuppen hinein und sein Blick sah aus, als hielte er Adrian nun vollends für durchgedreht. Und Adrian selbst starrte auch. Alle Dinge, die er die letzten Tage im See gefunden und hier gesammelt hatte, waren verschwunden. Spurlos. Als hätte es sie nie gegeben. Nun, fragte der Sheriff und sah Adrian fragend an. Adrian fand keine Worte. In seinem Kopf rasten seine Gedanken. Etwas, die Zukunft, wollte nicht, dass er etwas unternahm. Ich, ähm, stammelte er. Evans drehte sich um und ging. Mr. Evans! Das war Adrians letzte Chance. Die letzte Chance des ganzen Dorfes. Der Sheriff drehte sich um. Bitte hören Sie zu. Irgendwann in der Zukunft wird ein Flugzeug über unserem Dorf abstürzen. Der Co-Pilot wird den Piloten erschießen. Bitte tun Sie alles, um das zu verhindern. Evans schwieg lange. Dann sagte er, hör zu Adrian. Du bist ein netter Typ und du kannst froh sein, damit zu mir gekommen zu sein. Jeder andere wäre nicht einmal mitgekommen. Da kannst du dir sicher sein. Aber du fixierst dich zu sehr auf irgendwelche fixen Ideen. Jetzt geht das Ganze sogar so weit, dass du dir Dinge einbildest und dann irgendwelche Zukunftswahrsagungen anstellst. Ich mag dich. Ehrlich. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich dieses Vorkommen von gerade nicht weitermelden werde. Aber vielleicht kommst du ja zur Vernunft. Merkst du nicht, dass du dich verändert hast, seit... Der Sheriff stockte und sah sich verlegen in der Gegend um, als suche er etwas. Du musst darüber hinwegkommen, so wie wir alle es mussten. Du kannst deinen Verlust nicht durch irgendwelche Einbildungen verdrängen. Evans schwieg kurz. Dann sagte er noch, Adrian, du kannst jederzeit bei mir vorbeischauen, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Aber bitte hör mit deinen albernen Ideen auf. Mit diesen Worten ging Evans und ließ Adrian allein zurück. Dieser stand einige Sekunden da und lugte dann vorsichtig wieder in den Schuppen hinein. Alles war wieder da. Er könnte den Sheriff zurückholen, aber Adrian wusste, dass die Dinge dann wieder verschwinden würden. Und während Adrian sich diese Gedanken machte, hörte er von hinten einen Knall. Wie von einem Schuss. 1.2.1960 Sieben Wochen später Kurze Zeit später kamen sie bei mir an. Sie erzählten, dass der Sheriff von hinten erschossen wurde, als er gerade aus meiner Straße abbog und dass er scheinbar im Sterben noch gesagt hatte, er habe meine Stimme, du Dreckskerl, rufen hören, kurz bevor der Schuss ihn traf. Und tatsächlich fanden die Beamten eine Schusswaffe bei mir im Schuppen und sie passte exakt zu der Kugel, durch die der Sheriff starb. Zudem waren meine Fingerabdrücke darauf. Keiner zweifelte daran, dass ich nun völlig durchgedreht war. Ich bekam zwar doch noch irgendwie einen fairen Prozess, aber zugegebenermaßen, die Dinge standen nun einmal ziemlich gegen mich. Ich sitze nun, während ich das schreibe, im Gefängnis und ich werde wohl noch lange hinter Gittern bleiben. Es ist einige Zeit ins Land gegangen und ich hatte Zeit nachzudenken. Ich denke, dass zwei verschiedene Kräfte hier gegeneinander arbeiten. Die eine hat die Flugzeugteile aus der Zukunft kommen lassen, um uns zu warnen, und die andere sorgte dafür, dass Sheriff Evans nichts davon sah und dass ich hinter Gittern landen würde, um zu verhindern, dass wir die Zukunft ändern. Ich sehe mich nicht in der Macht, irgendetwas zu unternehmen. Ich werde abwarten müssen, ob sich meine Interpretationen der Ereignisse als wahr herausstellen. Mala sitzt da. Ihre Augen sind aus dem Fokus geraten. Sie kann sich nicht vorstellen, wie es sein muss, unschuldig im Gefängnis zu sitzen, wenn man doch eigentlich nur helfen wollte. Doch vor allem weiß sie, dass Adrian den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Mala hat in der Schule von dem Flugzeugabsturz am 17. Dezember 1960 gehört. Und dieses Flugzeug ist direkt über dem Dorf abgestürzt, weil der Co-Pilot den Piloten erschoss. Über 100 Menschen waren dabei gestorben und zig verletzt worden. Mala wünscht sich, dass Adrian mehr unternommen hätte und gleichzeitig weiß sie, dass das irrational ist, weil es wohl nichts gebracht hätte. Sie fragt sich, ob sie die Sache geschickter, als Adrian angegangen wäre, ohne die Polizei einzuschalten, zum Beispiel. Oder ob sie vielleicht selbst im Gefängnis noch versucht hätte, die Leute zu überzeugen. Mala schaut wieder auf die Notizen. Dort gibt es nur noch einen Eintrag. 17. 12. 1960 Es ist passiert. Ich habe es heute Morgen von den Wächtern gehört. Es ist alles eingetroffen. Auf den Tag genau ein Jahr, nachdem ich damals den größten und letzten Hinweis gefunden habe, ist es tatsächlich geschehen. Ich denke es immer wieder. Die Zeit ist eine komische Angelegenheit. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas anders hätte machen können. Die Kraft, die die Warnungen vertuschen wollte, war einfach stärker. Es hatte wahrscheinlich nichts gebracht, irgendjemandem zu beweisen, dass ich diese Vision hatte. Die vertuschende Kraft hätte diese Person einfach beseitigt. Nur ich bin scheinbar geschützt. Sonst hätte sie ja einfach mich umbringen können. Das heißt, viel eher müsste diese Person, so wie ich, die Vision selbst sehen. und selbst verstehen. Später am Tag. Vielleicht findet ja irgendjemand eines Tages meine Notizen. Ich werde sie, sobald ich hier rauskomme, irgendwo sicher konservieren. Vielleicht kann jemand damit was anfangen. Vielleicht haben meine Aufzeichnungen ja noch einen Nutzen. Marla hat plötzlich einen schockierenden Gedanken. Sie hatte Adrians Notizen genau an der Stelle gefunden, an der Adrian vor 60 Jahren Hinweise auf eine große Katastrophe gefunden hatte. Was wäre, wenn jetzt ihr Fund dieser Notizen Vorzeichen einer Vision war, die sie selbst bald bekommen würde? Am nächsten Tag auf dem Schulweg, es ist der 11. März des Jahres 2019, überlegt Marla immer noch, was sie überhaupt aus Adrians Notizen mitnehmen kann. Was würden sie ihr bringen, falls sie auch eine solche Vision bekäme? Als sie am dörflichen Marktplatz vorbeikommt, sieht sie auf und ihr Herz bleibt kurz stehen. Dann fangen ihre Gedanken an zu rasen. Es war erst ein Schild, das Marlas Blick auf sich zog und jetzt auch die Menschen um sie herum. Sie alle haben... Marla kommt sich plötzlich vor wie eine Außerirdische. Offensichtlich sieht man den Schock in ihrem Gesicht, denn ein sehr alter Mann spricht sie an. Er ist bestimmt schon Anfang 90. Ja, ich weiß, sagt er nur. Dann, als Marla ihn verwirrt ansieht, du solltest mal deinen Gesichtsausdruck sehen. Aber, um deine Verwirrung aufzuklären, was du hier siehst, ist nicht wirklich. Und gleichzeitig ist es wohl sehr wirklich. Marla weiß nicht, was sie sagen soll. Dann sagt der Mann mit müdem Lächeln, diese Menschen hier, sie sehen das alles nicht, was wir beide sehen. Und doch ist es da, nur nicht jetzt. Marla starrt und flüstert einen Satz vor sich hin, der ihr aus Adriens Notizen hängen geblieben ist. Die Zeit, doch der Mann unterbricht sie, ist eine komische Angelegenheit. Beide schweigen. Dann sagt der Mann, du siehst frustriert aus. Siehst du denn gar nicht, was hier passiert? Marla schaut fragend. Dann deutet sie auf die Menschen und auf das Schild am Anfang des Marktplatzes. Das, das macht mir schon ein wenig Sorgen. Hab keine Angst wegen dem, was du siehst oder was ich sehe oder gesehen habe. Sei froh, dass wir jetzt schon zwei sind, die es sehen können. Und da versteht Marla den Sinn der Notizen. 11.03.2019 Hi, hier ist Marla. Ich habe heute Morgen auf dem Marktplatz etwas gesehen. bellt. oder 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 nicht. Ich habe heute Ich bin » «